So, und herzlich willkommen zurück hier bei dem Totenquartett. Wir wollen uns mal hier mit Stinkfaul, denke ich, mal unterhalten, weil so wie der aussieht, hat er was zu erzählen. Jupp, das sah doch aus. Bei den Göttern der Scheibenwelt, was machst du da? Ah, ich hänge nur so rum. Nun, warum warst du festgebunden? Das hat viele Vorteile. Zum Beispiel? Sonnenschein, das eine oder andere Gespräch, man kann die Bussarde und Geier beobachten. Erschrecken sie nicht, wenn Leute vorbeikommen? Nein, ihr Appetit leidet nie darunter. Wenn du mir die Frage gestattest, warum hat man dich dort festgebunden? Publicity. Publicity? Meine Güte, man hat dich an einem alten, abgestorbenen Baum festgebunden. Die Alternative bestand darin, für Kaffee zu werben. Oh, ich verstehe, was du meinst. Äh, ja, möchte ich gar nicht wissen, was das für ein Kaffee war. Ach, das Mittelalter. Pittoresk, nicht wahr? Ja, was hast du uns denn zu Melodien zu erzählen? Hast du nie daran gedacht, deine Talente kommerziell zu nutzen? Oh, doch. Ach, ich meine, ich könnte als Vogelscheuch in Getreidefeldern arbeiten. Oder bei Kindergeburtstagen für Stimmung sorgen. Was in der Art? Nein, nein, ich meine deinen Gesang. Was hältst du davon, für mich zu singen? Wie bitte? Warum nicht? Ich schlage vor, du holst mich runter. Dann sehen wir weiter. Äh, okay. Mir reicht dieses Gespräch. Den runterholen, das kriegen wir hin. Bestimmt hier Messer mit Fesseln. Jetzt haben wir den aber noch gar nicht singen gehört. Den hätten wir ein bisschen stehen bleiben müssen. Ach, die nimmt er jetzt auch noch mit. Mhm. Um Schnapper zu sagen, dass du die Band gefunden hast. Ja, Mensch, wir haben die Band gefunden. Schade, jetzt haben wir die gar nicht singen gehört. Oh, jetzt waren wir ja ein bisschen zu eifrig. Ab zur Oase. Das dürfte ihre Mahlzeit sein. Sieht wie der Arm einer Mumie aus. Hey, da steckt ein Ring an einem Finger. Wir wollen uns ihn bestimmt nicht geben. Mist, offenbar kann ich Ihnen den Arm nicht wegnehmen. Sie sind zu schlau. Hübscher Geier, lass uns nicht zu freundlich sein. Wir sollten vermeiden, dass er uns nach Hause folgt. Ich berühre ihn nicht. Okay. Dieses Skelett gehört den Geiern, nehme ich an. Als eiserne Ration taugt es allerdings nicht viel. Ich sollte es besser in Ruhe lassen. Okay, wir müssen was finden, was wir dort hinlegen können. Wie wäre es denn hier mit dem Holzarm? Ich hätte sie fast überlistet. Offenbar sind wir auf dem richtigen Weg. Okay, dann müssen wir den wohl noch ein bisschen mehr anpassen an einen Mumienarm. Pyramiden. Dämme im Strom der Zeit. Gibt man diesen Steinmassen die richtige Form und Ausrichtung und stattet sie außerdem mit allen erforderlichen parakosmischen Dingen aus, kann man mit dem temporalen Potenzial von Pyramiden in einem kleinen Bereich die Zeit beschleunigen oder verlangsamen. Auf die gleiche Weise kann man mit einer Druckwasserpumpe Wasser gegen den Strom pumpen. Der Sinn einer korrekt gebauten Pyramide besteht darin, in ihrer zentralen Kammer absolute Nullzeit zu schaffen. Bringt man dort einen sterbenden König unter, so lebt er ewig. Besser gesagt, er stirbt nie. Die Zeit, die eigentlich in der Kammer vergehen sollte, wird in der Pyramidenmasse gespeichert und kann sich einmal in 24 Stunden entladen. Ja, er fragt sich, wohin entlädt sich die denn? Das würde mich mal interessieren. Geheimnisvolle Hieroglyphen? Wenn man sie lange genug anstarrt, sollen ihnen Sprechblasen wachsen. So heißt es jedenfalls. Dann starr die mal an, bitte. Äh, schön. Nochmal. Ach ja. Oh, ein Topf mit Leim. Ich mag klebrige Dinge. Ja, den können wir mitnehmen. So, Mumie, Sarkophag, Verband. Verband, das klingt doch gut. Ich verheddere mich nur, wenn ich das löse. Was? Ich kann nicht mit der Mumie reden und ich bin auch nicht bereit, sie mitzunehmen. Du musst dir also etwas anderes einfallen lassen. Hm. Jetzt willst du den Verband aber nicht mitnehmen. Hey, da steht was drauf geschrieben. Gold-Aktien um 30 Punkte gestiegen. Wertpapiere Sklavenarbeit um 17 Prozent gestiegen. Hm. Ich hätte einen Riesengewinn machen können, wenn ich rechtzeitig zur Stelle gewesen wäre. Ja, ja. Ähm. Können wir hier so ein bisschen von dem Verband abschneiden. Okay. Dann Klebstoff und Holzarm. Es hat keinen Sinn, das mit Klebstoff zu bestreichen. Ja, ja. Ist ja gut, weil ich möchte da ganz gerne die Bandagen draufklicken. Es nützt nichts, das einzuwickeln. Es hat keinen Sinn. Ja, ist ja gut. Hübsch. Ein bandagierter Holzarm. Ein bandagierter Holzarm. Dann, äh. Ja. Können wir damit vielleicht die, die... Geier täuschen. Ähm. Haben wir hier denn noch irgendwas? Nö. Nö. Dann gehen wir mal wieder raus. Ähm. Oase. Geht das jetzt? So. Ja, das ist denen gar nicht aufgefallen. Sehr schön. Dann werden wir mal sehen, dass wir gleich den Ringen da vom Finger runter kriegen. Ja. Ach. Oh, ja, schön. Jetzt haben die wieder einen Grund, sich zu streiten. So, hier haben wir noch das Wagenrad. Der Typ da oben schon einen kleinen Hitschlag hat. Ich bestimme den Verstand, Angus. Du kannst keinen König auf eine Sieben spielen. Gerissener Schummler. Wie viele Karten hast du überhaupt? Oh, ein heiliger Irrer auf einem Rad. Das muss der Weise in der Wüste sein. Er kann von Glück sagen, dass ich keine Zwiebeln habe. Ähm, ja, Esti Unguland. Ähm, der hat halt ein bisschen Restverstand. Verstand, äh, hier in seiner Sonne ein bisschen braten lassen. Ein verwesender Arm. Oh, mit einem Ring am Finger. Offenbar starb hier jemand einen schmuckvollen Tod. So, Ring ab. Ein Ring. Ah, und ihm haftet noch immer der mystische, fernöstliche Duft von Seuchenopfern an. Ah, okay. Aber erst mal Hallo, Esti. Hallo, da oben am Pfahl. Angus, Angus, da ist jemand am Pfahl. Ja. Was? Leg es sofort weg. Von sowas kann man krank werden. Ah, da geht eine Pyramide. Ich möchte dich nicht belästigen. Ich frage mich nur, warum du da auf dem Pfahl sitzt und offenbar nicht ganz dicht bist. Es ist wegen der Einsiedelei die große Mode in dieser Gegend. Nur ein Einsiedler kann weise sein. Wir haben Gäste, Angus. Hol noch ein leckeres Delikatess-Trugbild hervor. Nein, nein, das ist nicht nötig. In drei Minuten ergreife ich voller Entsetzen die Flucht. Ja, drei Minuten. Also, Zeit läuft. Angus, es passiert schon wieder, Angus. Angus, wie oft habe ich dir gesagt, dass du den Venusmuscheln nicht die sündige Musik vorspielen wolltest. Das kommt davon, wenn man als Kind an zu vielen Spielzeugen aus Blei lutscht. Merkt euch das, Leute. Merkt euch das. Was deinen Freund betrifft. Angus, meinst du Angus? Angus, es ist für dich. Wenn du Angus besuchen möchtest, hättest du die andere Glocke läuten sollen. Es steht ganz deutlich an der Tür. Nein, hör mal, ich bin hier, um... Lass Angus nicht warten. Er ist sehr beschäftigt. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich längst den Verstand verloren. Nun, weißt du, lass ihn einfach weitermachen. Ich kehre zurück, wenn er Zeit hat. So, was hast du uns denn hier zur Melodie zu erzählen? Du bist also... Du bist also gut, nicht wahr? Ich meine, du weißt schon weise und so. Weise! Wenn ich noch weiser wäre, trüge ich ein Leopardenfellbikini. Oh, so weise bist du? Oh, böse Bilder. Ich bin so weise, dass ich dir nun deinen Herzenswunsch erfülle. Schreibe dir die Musik für deinen sündhaft modernen Klickerdingsbums. Ja, 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 ja. Nein, Angus. Nein, nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. Zwölf Minuten lang rösten. Zwölf... Na, vergiss es immer wieder. Hier, hier ist die Musik für deinen Klicker, mit dem du todpopulär machen willst. Was? Du hast sie einfach so für mich geschrieben, ohne etwas dafür zu verlangen? Wundervoll. Danke, vielen Dank. Gern geschehen. Kann ich die Musik haben? Nein. Oh, ich hätte es wissen sollen. Du hast also doch eine Aufgabe für mich, stimmt's? Es geht dabei nicht um mich, sondern um Angus. Er hat es satt, immer wieder mitten in der Nacht von Leuten geweckt zu werden, die nach einer Antwort auf die zentrale Frage der Philosophie suchen. Warum? Warum? Warum was? Warum dich? Warum alles? Warum sind wir hier? Warum bist du hier? Warum bin ich hier? Oh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Na schön. Natürlich verlangst du da überhaupt nichts Schwieriges von mir. Warum? So lautet die Frage, stimmt's? Kein Problem. Also gut. Ich gehe jetzt und suche die Antwort für deinen unsichtbaren Freund Angus. In Ordnung? Sind alle damit einverstanden? Na schön. Gut, ich gehe jetzt. Der gute alte Rincewind hat nichts Besseres zu tun, als kreuz und quer über die Scheibenwelt zu reisen und dauernd irgendwelche Gegenstände zu suchen. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Oh ja, Gebel, nimm zwei. So, erstmal frage ich mich, woher wusste der, was wir überhaupt wollen. Gut, er ist ja weise. Wird trotzdem ein bisschen interessant und, äh, ja. Äh, Rincewind scheint ein bisschen angepisst zu sein. So, wir gehen mal nach Ant Mockpock zurück. Ähm, ich weiß zwar gar nicht, was wir hier sollen oder wollen oder... Ach doch, zu den Docks. Da wollte ich mit euch hin. Wollte versuchen, hier die Mauer einzureißen. Und anstatt wirklich was zu bekommen, haben wir nur noch mehr, noch mehr und noch mehr. Jetzt haben wir ein Gewicht mit einer Tonne. Die hängen wir mal hier ran. So. Und benutzen. Oh, das hat nicht wirklich geholfen. Ist das zu fassen? Sie muss schwerer sein. Äh, ja, aber wir haben ja hier den Aufkleber mit der 10. Das ist doch... Ist das jetzt so? Ja, das ist so. Ja, jetzt haben wir 10 Tonnen. Mensch. Und er geht im Fluss an. Warten. Oh, ist das... Äh, nein. Ich sag dazu jetzt nix. Schneestürme. Toller Krimskrams. Kleine Scheibenwelt-Schneestürme. Ja, Mensch. Wir haben Krimskrams gefunden. Das ist doch wunderbar. Jetzt ist aber die Frage, was machen wir denn jetzt? Ähm. Für den Hex hinten brauchen wir Ameisen. Da weiß ich nicht, wo wir die herbekommen sollen. Hier ist sonst eigentlich, glaube ich, auch gar nix. Ach, doch. Moment. Wir gehen mal hier in den Park. Und gucken mal, ob die Demonstrantin diesen wundervollen Pfahl interessant findet. Die fesselt sich doch so gerne. Ah, da, Flock. Hier, guck mal. Hübscher Pfahl. Selbst ich könnte in Versuchung geraten. Wenn das Ding doch nur im Boden stecken würde. Im Boden? Da, guck mal, ist ein Komposthaufen. Da stecke ich dir den rein. Bitte. Und jetzt werden wir bestimmt auch mal rausfinden, wie es dies schafft, sich selbst zu fesseln. Hm. Wir haben die Demonstrantin. Mensch. Was hier nicht alles in diese Truhe passt. Die Demonstrantin, noch immer damit beschäftigt, hingebungsvoll zu demonstrieren. Wie mag es sich anfühlen, von einer Truhe aus Birnbaumholz verschlungen zu werden? Scheint ihrem Tal genützt zu haben. Vielleicht sollte ich es selbst mal versuchen. Oh ja, mach das mal. So. Wir haben eine an dem Pfahl gefesselte Demonstrantin im Gepäck. Das ist doch schon mal schön. Damit bekommen wir mit Sicherheit den Zuckerstein. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass wir die jetzt in dem Steinigungsfeld reinstecken müssen. Wo müssen wir denn? Da, Schiff. Und dann, dass dann die Schmertertanten von der Post kommen. Und, äh, das sind ja die Geier. Solchen Vögeln verderben Würmer und Fäulnis nicht den Appetit. Sie mögen's hübsch verdorben. Oh gut, wie ihr wollt. Ja. Auf jeden Fall, dass dann die Schmertertanten von der Post kommen. Und uns den Zuckerstein zugänglich machen. Das ist zumindest so meine Hoffnung. Na gut, ich bin ganz ehrlich. Ich würde mich einfach drauf freuen zu sehen, dass den Nerren da Stein um die Ohren fliegen. Und da sind die ja schon wieder. Warum folgen mir die Biester überall hin? So. Witze für Frauen. Frauen wollen Witz. Steinig ihn. Ja, ja, ja. Auf den Kram. Los, los. Oh nein. Ich spüre wieder die Déjà-vu-Kopfschmerzen. Nun ja, die Leute wollen es eben. Wenigstens wissen sie, was passieren soll. Hm. Bla, 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 bla. Ah, hier haben wir's. Sie hat das Komische missbraucht und wird dazu verurteilt, mit weichen Zuckersteinen gesteinigt zu werden. Was? Das Komische missbraucht? Wie? Oh, es spielt keine Rolle. Oh, doch. Nenn die Einzelheiten, du Faschist. Du bist des schlechten Klamauks schuldig. Damit ist Spaß gemeint, der eigentlich keinen Spaß macht, weil er viel zu langweilig und leblos ist. Das ist das Ergebnis, wenn man andere Leute nachahmt, anstatt sich selbst etwas einfallen zu lassen und wirklich kreativ zu sein. Hör auf! Du hast nachgeahmt. Ich ahme nicht nach. Ich parodiere. Parodieren. Pa-ro-di-ren. Das ist etwas ganz anderes. Der Unterschied besteht vor allem darin, dass man keine Copyrights verletzt. Meine Güte. Hör auf! Hör auf! Wer hat das geworfen? Warst du's? Ja. Nun? Sie hat nachgeahmt. Hör auf! Hör auf! In Ordnung. Niemand wird gesteinigt. Es du, der Pfiffen hast. Wir haben es gesehen. Es war eindeutiges Nachahmen. Steinicht ihn! Steinicht ihn! Steinicht ihn! Steinicht ihn! Ich bin völlig unschuldig. Ich wollte diesen Kram nicht. Man hat mich dazu gezwungen. Wollen wir diese Szene Sketch des toten Nachahmens nennen? Pass auf! Ja. Und weg ist sie. Wir haben den netten Zuckerstein und eine doch sehr schlechte nachgemachte Szene von Monty Byton gesehen. Aus dem Leben des Brian. Übrigens ein sehr, sehr schöner Film. Immer wieder zum Lachen. Und dazu haben wir noch das Seil der Demonstranten bekommen. Ein Seil! Eine Art Schnur nach intensivem Bodybuilding-Training. So, und mit dem Zuckerstein können wir uns doch locker zu der Troll begeben in Hollywood. Jetzt fiel es mir gerade ganz kurz nicht ein. Und eventuell ist der Ring ja auch schon genau das, was die Garderoben-Frau sucht. Also, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, die als Frau zu bezeichnen. Also, wenn Zwerginnen wirklich so aussehen sollten, naja, super. Kann ich ja froh sein, dass ich kein Zwerg bin. Ähm, da, Hollywood. Probieren wir doch gleich mal aus hier, ob dieser Ring ausreichend für dich ist. So. Hier. Ein Jellybabischer Ring extra für dich. Das wird wundervoll aussehen. Wir brauchen etwas für den Nabel der Bauchtänzerin Sündige Sabrina in Szene 13. Ach, tatsächlich? Ja. Na, du könntest Sabrina bei der Anprobe ihres Kostüms helfen, wenn du möchtest. Wirklich? Wo ist sie? Direkt vor dir, Junge. Warte. Ich schulde schnell die Trottel und Glocken. Bloß weg von hier. Oh mein Gott. Ich glaube, das Spiel wird das Spiel der, ähm, schlechten, äh, hier, Kopfkino Bilder. Mensch. Uah. Ach, was haben wir denn hier? Das haben wir noch gar nicht gesehen. Hallo, Tod. Nun, äh, mal sehen, was wir hier haben. Oh ja, Leichenblässe. Äh, seit einiger Zeit sehr in Mode. Ich habe ein tolles Gesicht für dich. Puh, 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 puh. Hier, wie wär's damit? Das ist nicht ganz mein Stil, Schätzchen. Oh, na schön. Irgendjemand findet bestimmt mal Gefallen daran. Na gut, und das hier? Puh, 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 puh. Ja? Hey, sieh mal, wie das aussieht. Hast du jemals etwas gesehen, das so aussieht, wie das dort aussieht? Entweder ist meine Uhr stehen geblieben, oder ich bin tot. Na schön, ich bin sicher, das hier gefällt dir sehr. Puh, 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 puh. Na, cool. Äh, wie fühlt es sich an? Hasta la vista, Rincewind. Hör mal, das hat keinen Sinn. Ich brauche etwas, das direkten Glanz bietet. Ach, plötzlich bist du der große Experte, wie? Bring mir ein Bild der Elfenkönigin. Das wäre echter Glamour. Ich gebe keinen Pinselbreit nach, bis du mir anständige Beispiele lieferst. Mhm, die will jetzt auch noch irgendwas. Alle wollen so Sachen haben. So, wenn wir den rausbekommen, weiß ich auch noch nicht. Aber wir haben hier was für den Troll, was leckeres. Hier, probier mal Zuckerstein. Habe ich von Jellybaby mitgebracht, extra für dich. Oh, danke. Oh, meine Zähne, meine Zähne. Tut weh, tut weh. Schon gut, schon gut. Nun schrei nicht gleich so. Mal sehen, ob ich dir helfen und das Ding herausziehen kann. Ja, ähm, wie machen wir das? Kann ich einfach die alte Seil am, 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 am Tür-Trick machen? Lass mich mal versuchen. Dies müsste eigentlich klappen. ja, es hat funktioniert und wir haben einen Zahn. Ein Diamantzahn. Genau der richtige Gegenstand, um die Augen einer jungen Frau glänzen zu lassen. ja, dann werden wir das doch auch gleich mal tun. so, Truhe, 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 Zahn. Ein Diamanten, groß und rein genug, um Einsamkeit zu vertreiben. Geh jetzt nach draußen und spiel die Hauptrolle in meinem Klicker. Andernfalls nehme ich dir die ganze Schminke weg und sorge dafür, dass du nie wieder einen Friseur besuchen kannst. Du herzloses Ekel. Meine Güte, man könnte meinen, es gäbe nichts Wichtigeres für dich. Ja, wir haben die Frau. Um Schnapper zu sagen, dass du die Schönheit gefunden hast. Die möchte ich eigentlich nicht so gerne so früh wieder weggeben. Um so eine schöne Frau im Gepäck zu haben, ist doch auch immer schön. Obwohl es doch in dieser Hartholztruhe doch ein bisschen eng werden kann. Aber wir, Truhe, kommst du mal bitte hoch. Machen wir das so. Hier, Krimskrams, den können wir dir aber schon geben. Hier ist der Krimskrams. Krimskrams? Das hier soll Krimskram sein? So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Es ist neuer Krimskrams. Ja, das stimmt vermutlich. Ich hasse es, wenn sich die Logik gegen mich wendet. Wie wär's, wenn du die Zeit von jemand anders mit Philosophie und dergleichen vergeudest? Einige von uns sind mit einem Spiel beschäftigt. Ja, so, aber wir geben ihm trotzdem mal die scharfe Braut. Ich habe die Schönheit gefunden, Herr Schnapper. Kann sie schauspielern? Natürlich kann sie das. Sie ist eine Tespis-Jüngerin. Und wenn schon, das ist heute sehr in Mode. Na gut, sie ist ebenfalls engagiert. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch das Bild von der Elfenkönigin finden. Wo ich eigentlich keine Ahnung habe, wo wir die jetzt herkriegen. Und wir müssen noch die Melodie bekommen. Dazu brauchen wir die Antwort nach der Frage, warum. Für das Bild von der Elfenkönigin ist erstmal viel wichtiger, dass wir den komischen Kobold da mal rauskriegen. Ich meine, wir haben, ach, hier geht's ja nicht weiter da. Wir haben hier irgendwie noch einen Ort, den wir besuchen können. Hier so den Strand, wo wir da, den Tod gefunden haben und da sind wir doch schon. Mensch, bei meinen Knochen Schnappler. Ja, die sind doch recht weit verbreitet, diese Ladenbesitzer, fahrenden Händler oder sonstiges. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl. bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.